Das ist der zweiteilige Hirschhof, der ist in der Jagdpraxis etwas besser als wie der dreiteilige, da braucht man nichts so wach zu geben. Also dasselbe, der Ruf eines mittleren Hirsches, Antwort vom Platzhirsch, Saugrunzen, Spaß und Dollerei, wo es Wölfe gibt, kann man auf das Wolfsheulen mitmachen. Auch auf der Elchbrunf kann man verwenden, dieses neselnde Röhren vom Elchbullen. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung 40 Jahre lang habe ich alle lockeren Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche Kiliyor Kmännis Kzeni Untertitelung des ZDF, 2020